moin moin und willkommen zurück zu captain of industry da sind wir endlich wieder und habe gerade den soundcheck gemacht okay nicht dass das mikrofon wieder irgendwelche spinnereien macht das hat mir ja nur schon ein paar mal so kann losgehen wie sieht denn hier aus wir haben gesagt man nicht mehr so kann man seine schlüpfe ansprechen aber wie sieht das denn hier aus wir haben richtig futter in der leitung hier können nicht mal alles war die wartung jetzt habe ich mich gerade verliebt alle dude das sieht sehr gut aus hier kommt auch ordentlich was an muss alles verbraucht werden klar was ich sehr sehr schade finde wir können naja wir können das halt nicht ineinander klemmen also dass wir jetzt sagen von einer seite kommt halt der organische grünen dünger von der anderen seite der natürlich deutlich bessere geht alles gar nicht so wie ich das gerne hätte deswegen müssen wir ein bisschen ausgleichen das wird eigentlich ganz simpel aussehen wir werden das so beibehalten wir werden schlachtabfälle weiterhin zu organischen dünger verarbeiten und wir müssen auch das andere zeugs also hier im unteren bereich das muss auch irgendwie unter ich will es nicht in ins wasser feuern dann kriegen wir da nur wieder ganz unnötige debuffs durch umweltverschmutzung das möchte ich natürlich verhindern nicht der umwelt zuliebe der debuff zuliebe so ehrlich muss ich sein deswegen müssen wir das hier leider beibehalten dieses lager wird soll befüllt werden mit einer transportroute das ist auch ein weiter weg nicht gefällt mir eigentlich gefällt mir das gar nicht ich werde jetzt hier den befehl raus geben dass das immer geleert wird hier soll das möglichst immer gefüllt sein so weit wie geht und dann müssen wir jetzt hier erstmal wieder leitung legen die habe ich hier natürlich ganz abrupt abgerissen weil ich ja der meinung war hey brauchst du eh nicht mehr alles alles schwachsinn dann stehen wir wieder da und brauchen sie doch das ist der klassiker das passiert öfter mir zumindest sehr unangenehm haben wir jetzt ja naja was willst du machen kannst du nicht machen müssen wir leider so akzeptieren wir haben ja jetzt auch ein paar laster über ich denke mal da kriegen wir das schon irgendwie hin natürlich können wir die organische produktion umlegen dann legen wir die links lang ist aber auch wieder schwachsinn im grunde gibt es dafür hier aktuell noch keine ja wie soll ich sagen universallösung gute lösung es gibt dafür noch keine gute lösung ja so können wir das liegen lassen so was habt ihr denn hier für ein problem ach kein sand irgendwas ist hier immer ne hier an der sandfront ögevat ist immer hören seht zu jetzt wollten wir uns eigentlich mal angucken ob wir große fahrzeuge bauen können ja das werden wir mit einer kleinen fabrik machen die quasi nebenbei mal so ein bisschen rumtingelt hier hätten wir die möglichkeit nicht hätten wir haben hier die möglichkeit und auch platz das ist ja auch nicht außer acht zu lassen bauen wir hier einfach wenn das spiel mitmacht 2 fabriken ja 2 reichen müssen abstand halten 1 2 3 1 2 müssen wir halten 1 2 zack und dann schieben wir hier einfach mal 2 fabriken zusammen zack manufaktur hin oder ja ihr wisst was ich meine so die können dann arbeiten das machen die nein das war falsch nicht laborausrüstung sondern Fahrzeugteile der stufe 3 das ist ja nun schon mal was dann müssen halt E-Teile 2 hergeliefert werden das ist ja nicht das problem möchte ich jetzt mal behaupten das hier funktioniert schon mal nicht haben wir auch gerade gesehen das ist wieder sehr gut gelaufen da wisst ihr was lasst die Laster machen ich gehe mal davon aus dass wir nicht so viel brauchen ich hoffe dass wir nicht so viel brauchen werden natürlich brauchen wir sehr viel es ist natürlich eine Sache wie das halt gemeint ist in dem Falle brauchen wir halt viel für ein Fahrzeug aber ob wir überhaupt so viele große Fahrzeuge brauchen so meine ich das das müssen wir erstmal noch herausfinden das was auf jeden Fall passieren wird ist dass wir hier ein großes Stückgutlager brauchen denn wir haben ja gesehen ein Fahrzeug 200 ne 120 Teile das ist schon nicht ganz so wenig da muss schon ein bisschen was hin ein paar Teile haben wir ja schon wunderbar gut nicht genug Wartung sagen sie und es liegt natürlich an nichts geringeres als E-Teile denn aus irgendwelchen Gründen haben wir hier gerade Probleme gehabt und das war uns ja durchaus bekannt steht auf 1 2 hier wird es direkt hingeliefert oh da müssen wir aufpassen aus aus keine Direktlieferung hält aus wegen Bohnenhebel kommt hier nicht noch was an ab und zu wird was durchgelassen da müssen wir mal beobachten weil wir aktuell mit unserem fehlenden Sand ist das natürlich so eine Sache hier sind wir bald fertig dann können wir hier noch die Konturen ein bisschen glatt ziehen und dann kann hier dran auch weitergearbeitet werden das war jetzt vorher erstmal so ein bisschen abgeklemmt und ich der Meinung war das erstmal nicht so krass zu brauchen hier haben wir die Fabrik 2 für deutlich schnellere Arbeit wie sieht es hier aus wie sieht es mit dem Kraftstoff aus äh sieht es sehr gut aus mit dem Kraftstoff wie sieht es mit der Säure aus wie sieht es mit dem Gummi aus ja machen wir langsam viel Schwefel immer noch Ammoniak verbrannt geht ja mal gar nicht das wollen wir nicht das fällt aus das ist die Frage wir verbessern die mal nur mal um zu schauen nur mal kurz gucken nur mal kurz gucken müsste jetzt doppelt so schnell gehen dann haben wir 20 dann haben wir jetzt hier 10 und dann müsste jetzt gleich erstmal richtig die Party abgehen müssen darauf achten dass sich hier das Ammoniak nicht staut okay das Ammoniak staut sich hier sehr unangenehm wir werden hier mal abschalten weil wir müssen ja nicht aufspalten und zusammenfügen wenn das gar nicht nötig ist ich denke mal da sind wir uns alle einig das ist ein Verfahren was man sich dann sparen kann im Grunde war es auch gar nicht so klug ich hätte das jetzt mal noch eins auseinanderziehen sollen da wir hier mit den Rohrleitungen nicht arbeiten können ihr habt selber gesehen das ist hier alles so ein bisschen eng an eng geklatscht wie das halt bei mir immer so ist ist das hier alles eng an eng geklatscht das ist nicht schön ganz und gar nicht die auch absoluter Nonsinn was ich hier gebaut habe absolut hohl das sollte verboten werden absoluter Blödsinn ist so das ist hier doch alles das ist hier doch alles Blödsinn wer hat denn das gebaut welcher Keck kann man nicht wahr sein hier das sieht ja aus unnormal ich freue mich dass wir hier noch Wasser haben ich muss ja immer was Positives sagen zwischendurch sonst sieht der so aus ist weg immer so microaggressiv geht ja gar nicht so können wir uns dann erlauben jetzt wollen wir mal diese Gemüse was hier in der Luft hängt auch noch weg machen wäre mir ein Bedürfnis so hier ist die große Armagnacleitung aus unseren was haben wir hier Filteranlagen ist das hier das ist der Sauerwasser Stripper genau den das steht nicht im Ernst Stripper naja hab mich glaube ich nicht verlesen weiter geht's so jetzt haben wir diesen hier ist auch nochmal so ein Blödsinn N2 geht hier durch das haben wir hier nochmal dann hatten wir hier machen wir jetzt Jans ganz ruhig keine kein Bock auf Fehler dann kommt dafür brauchen wir nämlich Sauerstoff wir haben hier Sauerstoff und das hier ist N2 Sauerstoff durch eine volle Leitung eine volle Leitung ohne Verbindung wir machen das erstmal ab oder weg besser gesagt sehr schön gut jetzt brauchten wir hier einmal Sauerstoff haben wir hier mit einem Abstand ja doch dieser Abstand sollte ausreichend sein das ist unsere Ausgangsleitung für unser Produkt haben wir hier langsam jetzt 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 kriege hier haben wir die Leitung für die erneute Umwandlung von diesem ganzen Krempel in Ammoniak hier ist noch Wasserstoff und so das kann weg diese Leitung die ist verwirrend für alle Anwesenden das kann weg und das kommt weg genau das ist nicht mehr nötig weil das kommt ebenfalls alles von hier natürlich können wir auch das hier nochmal umbauen um murscheln weil das ist auch absoluter Schwachsinn abtransportieren seht zu wo sind die ganzen Lasten wenn man sie braucht jetzt muss ich eine ganze Folge investieren um dieses Debakel hier irgendwie ein bisschen gesund zu machen irgendwie Sauerstoff klemmen wir damit an direkt hier brauchen wir einen Ausgleich pass auf weil der geht einmal nach rechts einmal nach links an dieser Stelle das heißt das machen wir ganz entspannt so Sauerstoff ziehen wir hier raus ja komm mach mal so wird hier noch rein gefiedelt hier zusammen Rio also klar sein selbsterklärend ok ich denke mal soweit so gut jetzt lassen wir erstmal aufbauen schauen uns das an setzen schon mal die Chemiefabrik wo geht denn hier alles drin hier geht alles drin jetzt fehlt aber noch die feste Ammoniakleitung das war diese hier einmal anklicken dass ich sie sehe die ziehen wir natürlich ebenfalls hier mit rüber ist klar natürlich wir wollen ja hier möglichst schnell rankommen und möglichst nicht connecten F F wie Frieden hilft dir in dem Falle nicht machen wir manuell jawohl ziehen wir einmal rüber das haben wir das haben wir das haben wir man könnte natürlich sagen man arbeitet hier wieder mit Ausgleichern wir arbeiten hier mit einem Ausgleicher machen wir das mal lieber nochmal weg in einen Ausgleicher setzen wir gleich mal hier ran Ausgleicher gleich ran setzen versteht ist angekommen hat er jetzt zündet ok ich denke bessere raus alles gut alles gut raus rin zack sieht doch noch zum kotzen aus dann wird mir schlecht wird mir da wird mir da schlecht ja dann müssen wir erstmal alle durch Hauptsache wir kriegen nicht jetzt endlich hin haben unseren absoluten Premium Dünger damit die Menschheit hier auf diesen gottverlassenen ja auf dieser gottverlassenen Insel genug Futter ran kriegt wir investieren hier ein bisschen in Platz lassen noch ein Ältchen mehr Platz für den Fall das wählen schon mal das richtige Rezept das wäre dann hier der Dünger 1 dann haben wir auch die nötigen Anschlüsse wo was hinkommt hier haben wir Sauerstoff da haben wir Ammoniak feuerfrei ja oder für den Fall dass es noch weiter ausgebaut werden muss es gibt tatsächlich Tage da würde ich am liebsten das komplette Raffinerie dieses ja ne dieser oh dieser Bereich hier hin ich würde die am liebsten einmal komplett abreißen und nochmal neu umbauen mit all den Erkenntnissen die wir so gewonnen haben ist einfach so aber wenn die Produktion ausfällt dann sind wir erstmal ziemlich am Arsch naja gut ok Treibstoff kommen wir ein bisschen mit hin da habe ich ja schon für Lagerplätze gesorgt nicht ohne Grund ich weiß ja nicht traue mich das nicht ne gleich Erfahrung gemacht mit dem ey lass mal schnell alles abreißen und neu bauen und ja und im Endeffekt habt ihr das alles schon gehabt ich erzähle keinen Scheiß ihr wisst ihr wart größtenteils dabei was übrigens geil ist vielen Dank dafür und das ist dann halt kacke na jetzt haben wir hier auch mal so eine Besonderheit dass wir tatsächlich mal Brot im Überfluss haben auf einmal können wir nochmal verbessern machen wir nochmal mehr Kapazität jetzt könnte man wieder sagen hey lass doch um bauen hier auf irgendwas andre lass doch hier noch Butter oder noch mehr organischen Käse hier produzieren oder irgendwas Leute ich wüsste doch nicht so wir pumpen mal richtig voll hier sieht zu dass ihr der Dünger rin kriegt und mit diesem Blödsinn hören wir jetzt auf brauchen wir nicht mehr wer mir so viel organischen Dünger zieht den jetzt gibt hier richtig Stoff auf ich könnte nicht meine Leitung nehmen ich wüsste ja nicht wie muss ich ganz ehrlich zugeben weg damit sehr geil eventuell könnte man damit auch noch Apfelplantagen füttern das war ja nämlich auch mal noch so ein Gedanke die Frage ist halt natürlich wo wir damit anfangen sollten könnten müssten denn hier haben wir ja auch noch Baustellen das ist der Hammer wir haben ja gesagt Apfelplantagen beziehungsweise nicht Apfel sondern Obstplantagen genau hier müssen wir aufpassen auf unser Bergwerk wir können also nicht hier einfach reinballern so wie wir gerade Lust hätten könnten sagen wir gehen hier eng an eng dann haben wir hier ja noch genug Platz für die Leitungen die wir ja auch mal wieder brauchen hier bis der Leitung hin Leitung her gerät eigentlich den ganzen nach gleiche von irgendwelchen Leitungen verlegen und hast du nicht gesehen den ganzen Tag nur am Quatsch der Typ vom Rohr verlegen der ist so widerlich so passt das ich bin begeistert so noch Platz für den Hühnerstall wenn das unbedingt sein muss und hier ist zu viel Futter hier ist zu viel Futter seht zu dass ihr hier Hühner produziert ist sehr widerlich das Volk hungert das Volk wünscht sich eine vernünftige Protein Quelle wenn das Volk sich sowas wünscht dann musst du liefern da kannst du nicht rumeiern wenn du da rumeierst dann hast du sofort eine im Hals oder im Kopf je nachdem gut wir ich werde später weinen und hier los bricht hier die Produktion hin kann ja gar nicht könnte irgendwas nicht los werden das hatten wir nämlich erst hier mit die Steine gesehen jawohl das ist natürlich blöd dann müssen wir das Schlagge Steinerde ne ist alles drin ihr könnt alles abkippen na war mal so die alte zweite Schildhutlager wo wir dann sagen abschmeißen den Käse genauso genauso nicht anders jetzt müssen natürlich alle rumfahren und die kommt da nicht so hin und so weiter und so fort und jammer hier und jammer da aber muss so irgendwie müssen wir das hier nur hinkriegen hier ist fertig das ging trotzdem sehr schnell erstaunlicherweise das heißt das wird hier auch nicht sonderlich lange dauern wenn hier erstmal die laster voll sind was ist hier los ich bedanke ich bedanke auf jeden Fall bei euch fürs zuschauen wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Captain of Industry like und abonnieren nicht vergessen wenn ihr mich den Kanal und oder das Projekt unterstützen wollt und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Captain of Industry oder bei einem anderen Projekt reingehauen und tschü 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 tschü